Hast du Bock auf ein cooles Praktikum im Handwerk? Dann schau doch einfach auf der Kraft Roadshow Webseite vorbei. Ich zeige dir in wenigen Schritten, wie du mit der Kraft Roadshow zu deinem Praktikum im Handwerk kommst. Wenn du noch nicht weißt, was dich interessiert, keine Sorge! Du kannst dir hier sehr gerne alle Handwerksberufe im Überblick anschauen und dich informieren. Wenn du deinen Traubenberuf schon gefunden hast oder schon weißt, was du werden möchtest, klick ganz einfach auf zum Praktikum, gib hier deinen Namen, Alter und so weiter an und ich schicke dir alle nötigen Infos zu deinem Wunschpraktikum zu. Ich wünsche dir nun viel Spaß und ich freue mich auf deine Anfrage. Eure Alisa